ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate die fed und das us-finanzministerium kommen nach der pleite der silicon valley bank zu hilfe es wurde ein notfallprogramm für banken gestartet das begrenzt die ansteckungsgefahr doch die svb ist nicht die einzige bank mit problemen schauen wir mal auf die marktreaktion bevor es losgeht wie immer der obligatorische risiko und weiß der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung anspreche wir fangen mit der aktie von silvergate capital an und zwar gab es hier einen kurseinbruch gegenüber dem hoch vom november 2021 von knapp 99 prozent wir gehen zur signature der signature bank auch hier gab es einen massiven einbruch und zwar von knapp 80 prozent in der vorwoche erreichte die aktie kurzzeitig den tiefsten stand seit 2012 dann gab es aber eine leichte erholungstendenz und die aktie schloss dann noch oberhalb der tiefs die wir aus dem jahr 2020 kennen was wir auch beobachten können im vorbürstlichen handel heute ist ein einbruch bei der aktie der first republic bank und zwar von 60 prozent und daher wird natürlich die heutige us-eröffnung besonders spannend sein der bitcoin hält sich gegen ja über in gerade genannten banken relativ gut es gibt sogar ein erholungsversuch in dieser woche und ja jetzt stößt der coin auf widerstand im bereich der 22.000 dollar wir gehen mal rüber zu den indizes die futures auf den s&p 500 haben heute höher eröffnet und hatten sich auch weiter erholen können aber die gewinne wurden größtenteils wieder abgegeben und jetzt steuert der index auf das tief der vorwoche zu der deutsche leitindex gerät ebenfalls unter druck und hier sind die abwärtsbewegungen deutlich stärker ausgefallen wir gehen mal in den tageschart und hier sehen wir dass es gegenüber dem tageshoch einen einbruch von 600 punkten gab das ist ein rückgang rückgang von vier prozent und dabei fiel der index auf den tiefsten stand seit zwei monaten euro dollar hat versucht sich heute über die 107 der marke zu erholen wir schauen auch hier nochmal auf den tageschart wichtiger widerstand letzter abwärts impuls den versuch nach oben auszubrechen und einen neuen trend einzuleiten daraus ist erstmal nichts geworden wir gehen noch rüber zu gold gold zieht in dieser woche weiter durch und könnte sich der 1900 dollar marke annähern auch hier ist ein der aufwärts trend ist intakt und es sieht eben danach aus als ob wir hier einen neuen größeren aufwärts impuls gestartet haben mehr hintergrundinformationen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.